Nenja ist ja kein Muss, oder? Nee. Gut. Ja, aber ein Commando ist halt verboten. Ja, halt, wenn ich mich verstecke, halt, wenn ich mich verstecke. Nein, gib für mich. Nee, beim Versteckungscommander Noah, du wolltest dich da ihm opfern, du Arschloch. Was, ich? Nein, ich lag die ganze Zeit ganz hinten. Natürlich, du hast es. Nein, war ich nicht. Kommt mir gerade jemand zu? Das sieht aus, als würde ich das Ding irgendwie an deine Eier halten. Nein, dass ich alles so beschwimmen würde. Ah gut, ich hab ja auch F.O.V. Changer. Los, Gaupp, los, gib ihm. Gib ihm. Links, links, zurück. Auf die Brücke, rechts. Links. Wie geil. Nein. In dieses Haus, links, links. Los, bring ihn um. Mit ihm. Los. Aber im Haus geht er sich ganz schön gut aus. Genial, du bist wirklich so gemein. Da ist er hier, da, am Fenster, am Fenster, am Fenster hier. Ja, spring hinterher, spring hinterher, er ist weg. Hier, er ist weg. Hier, er ist weg, rechts. Nee, rechts. Dann einfach, Blenty. Ball. Nee. Auf dem Panzer, an dem Fall warst du links. Geradeaus. Rechts. Links, links. Panzer. Ich bin noch nicht auf. Samtech, Samtech, Samtech. Panzer, schnell. Samtech. Keine Samtech. Nein, keine Samtech. Nein, keine Samtech. Wie Arsons, ja, ja. Wie Arsons, ja. Er war tatsächlich so. der Kälte sage ich euch ich würde sagen was ich weiß und er kann sich die Kasse Verstecke machen und so man kann so eine Runde richtig lange dauern aber richtig viel kann machen ich weiß nicht ich mag eigentlich nur die Zollmords wo du gegen BOT Zombies spielst sonst ist mir aber richtig richtig lustig da wird einfach random einer ausgesucht er ist geil das finde ich geil er das köln wer ist gut das köln auch auch er was also der Mann ist Mörderpenis ist mein Name er war ja doch so gut warte kenne ich den ja oha bist du krank drauf oder mach nochmal machst du das tja ich will es gar nicht wissen, dass langweilig ist, ich brauche ihn nicht Noob, Noob Verkraft euch, lass dich in Frieden Mensch, Noob, du Kacke ab Noob, oh Gott, bist du scheiße Oh Noob, du musst einen Slidejump machen, Alter Weißt du, was das ist? Oh Noob Oh, das sind wieder diese Noobs, die nie CD4 gespielt haben Noob, bau dir bitte eine Arme und war damit ganz weit weg Oder die Noobs, die CD4 gespielt haben und nicht wissen, was Slidejump sind Ja, oder die Noobs Ich hab noch nicht CD4 gespielt Suchtestes Dauernd, du sagst immer, CD4 ist das beste CD aller Zeiten, ich bestenken, wenn ich könnte Ja, das stimmt, das ist Dauernd Ach, komm schon Diese Schlacht haben wir verloren Ey, Tox, das Mod war schon irgendwie fail Da steh ich drauf Auf einmal komplett durch mit der Faust Du hast mich gefestert, was soll das? Rennen, renne Du Schlampe Genial, lock ihn, lock ihn weg Ah, ey, oh, ist dann Scheiße, wir haben wieder zufrieden Exist nicht die Waffe, das ist jetzt laut Ja, das meinst du auch, ich das mache, da kommt ihr eh nicht rüber Aber dann kriegt ihr erstmal einen fetten Noobs von mir Dir, dir würde es als einzigen Super und dass du da halt wirklich einfach das Geist gehalten musst Wie verpeilt der einfach ist Ey, hab ich mich verpasst oder so? Geil Was ist denn da drauf? Ich glaub wir können aufgehen oder? Das Versteck ist aber eigentlich übel schlecht Ist wirklich so das kennt jeder Da setzen die Cyber mal drauf Das ist wirklich das allererste Versteck überhaupt Hör auf komm Nein Ja Ey das gibt's doch nicht Zu geil Oh mein Dick Dick Essen wir nach Die 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 Bis zum nächsten Mal.